Wir sind heute in der Career World in Zirndorf und es hat erst neu eröffnet. Genau und hier gibt es nicht nur was für die Kleinen, sondern auch für die etwas Größeren. Mein Name ist Xavier Tan, ich arbeite schon seit knapp 14 Jahren für Carrera und bin quasi der Streckensprecher und Rennleiter, wenn es darum geht, die Fahrzeuge und die Fahrer an der Strecke zu betreuen. Welche Möglichkeiten hat denn Career World jetzt zu bieten? Von den ganz ganz kleinen Kids, sprich die dann in der Kids World Carrera-Bahn fahren können, Bobbycars fahren können, ferngesteuerte RC-Fahrzeuge fahren können oder Helikopter fliegen können, bis hin zu den erwachsenen Kindern, die können zum Beispiel an unserer 70 Meter großen Event- oder Wettbewerbsbahn sich mit und gegeneinander messen mit der ganzen Familie. Was ist jetzt dein persönliches Highlight hier in Carrera World? Also mein persönliches Highlight ist logischerweise die große Megabahn, mein persönliches, weil ich da unwahrscheinlich gerne drauf fahre. Nicht nur die Tatsache, dass sie 70 Meter lang ist, sondern sie hat 35 Überholmöglichkeiten. Das heißt, ich kann an 35 verschiedenen Stellen die Spur wechseln und das macht sie halt super spannend. Daher ganz klar mein Highlight ist die Megabahn. Also man muss auch ein bisschen mit Taktik fahren. Ja, an der Megabahn auf jeden Fall. So, wir haben jetzt unsere Autos startklar. Ich im weißen Porsche und in acht sind Spyder. Und ich im roten LaFerrari. Auf geht's! Musik 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 Das war's. Wie im Reelmotorsport sind die Reifen an einem Carrera-Fahrzeug sehr, sehr wichtig. Wenn man ein paar Runden gefahren ist, sammelt sich da meistens so ein bisschen Staub. Jeder Mensch hat eine Zehnfinger-Boxengasse. In der Boxengasse, die Hinterreifen mal sauber machen, bringt einige Zehntel und vor allem auch schauen, dass die Schleifer hier, die dürfen nicht zu flach aufliegen, aber auch nicht zu aufgerichtet, sondern dass man die ordentlich hat. Die Spitzen sind so ein bisschen aufgebröselt wie so ein Pinsel und das Ganze so etwa flach anliegend unter dem Fahrzeugboden. Das bringt schon ein paar Sekunden. So, jetzt beglückwünsche ich mir einmal den Sieger, den Simon. Wann faires Rennen, finde ich, aber da wird es auf jeden Fall nochmal eine Revanche geben. Ja, darauf freue ich mich schon und vielleicht läuft es dann noch knapper nächstes Mal. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und damit verabschieden wir uns und schaut einfach mal rein. Wenn ihr Zeit habt, macht mega Spaß.